Günter Holzapfel, ein außergewöhnlicher Künstler. Ein Mensch, der gelernt hat, einfach alles mit seinen Füßen zu machen. Das Feingefühl, das er dabei entwickelt hat, ist für Außenstehende faszinierend. Er liebt fröhliche Farben. Kann ich mich ausdrucken, einfach mit Farben gehen. Seit 1984 ist Günter Holzapfel Vollmitglied der renommierten Gesellschaft der Hand- und Fußmalenden Künstler. Seine momentane Aufgabe ist es, den Kreuzweg zu gestalten. Er lebt in Steinburg, einem idyllischen Ort im Perlbachtal. Dort wird er von seiner Schwester liebevoll gepflegt. Die pensionierte Lehrerin bekam dafür im Mai 2012 sogar das Bundesverdienstkreuz verliehen. Wie sie es unter König sind, kann man sie direkt betieni. Echt? Mein ich weiß nicht, dass er durch eine Fund largest hakk ist. Es tut mir das alte Kunze von Atm superheroes plantet so hochge Softballen machen. Vollksom, Herr ㅋㅋㅋㅋ Dann bin weigden. Und hier ist es so, dass ich meine Naube und ich auch meine Naube Günthers Lieblingsmotiv sind Winterlandschaften. Er hatte bereits etliche Ausstellungen auf der ganzen Welt. Viele der Bilder spiegeln seine Eindrücke von den zahlreichen Reisen rund um den Globus wieder. Stolz zeigt uns Günther einen japanischen Zeitungsbericht. Darin ist er mit seiner Künstlerkollegin und Freundin zu sehen, mit der er eine Ausstellung in Japan machen durfte. Unter anderem brachte er sich den Umgang mit den Medien selber bei. Musik würde, antwortet er. Hundebote, Hundebote, ich möchte keinen Tag an die Erde.